I have the pleasure to present to you... Wir sind die Fichte Schule. Wir sind viele Kinder. Es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig respektieren. Respekt ist das Fundament für Zusammenhalt, für eine Gemeinschaft ohne Beleidung, ohne Gewalt. Respekt ist etwas, das man anderen zeigt. Respekt ist Wahrheit und Ehrlichkeit. Es geht um Vertrauen und Verbundenheit. Wir teilen unsere Zeit. Wir wollen Schutz, offene Arme und Sicherheit. Wir wollen keinen Streit. Wir wollen Respekt nehmen und geben. Denn es regelt jeden Tag unser Zusammenleben. Miteinander reden, miteinander lachen, Sachen miteinander machen. Wenn alles sich gut fühlen, ist das Ziel erreicht. Und eigentlich ist es leicht. Wenn man die Grenzen des Anderen akzeptiert, dann wird aus dem Ich ein Wir. Respekt! Respektiere dich, respektiere jeden. Zusammenleben, zusammenreden. Wir teilen Raum und Zeit. Wir sind ein Team. Jeder ist wertvoll. Ich habe ein Traum. Respektiere dich, respektiere jeden. Zusammenleben, zusammenreden. Wir teilen Raum und Zeit. Wir sind ein Team. Jeder ist wertvoll. Ich habe ein Traum. Wir alle haben Wünsche und Träume. Wir alle wollen glücklich sein. Unsere Grenzen sind unsichtbare Zäune. Wir alle sind Teil unserer Wirklichkeit. Jeder kann sich verändern. Zum Besseren Beleidigungen verletzen, weil sie hässlich sind. Bedrohung ist schrecklich. Menschen leiden. Das führt zum Kämpfen, weil sie sich verteidigen. Gewalt ist keine Lösung. Wir sagen Stopp! Niemand möchte, dass man ihn mobbt. Wir sollten lieber helfen und die Fächer am Beschützen. Wir alle stehen mal im Ring oder knietief in Pfützen. Wir sind alle gleich. Wir wollen Respekt. Jeder sollte wissen, niemand ist perfekt. Jedes wertvoll, wichtig und richtig. Hoffnung ist ein Lichtblick. Und vergessen niemals. Behandel jeden, wie du behandelt werden willst. Mit Respekt. Respektiere dich, respektiere jeden. Zusammen leben, zusammen reden. Wir teilen Raum und Zeit. Wir sind ein Team. Jeder ist wertvoll. I have a dream. Respektiere dich, respektiere jeden. Zusammen leben, zusammen reden. Wir teilen Raum und Zeit. Wir sind ein Team. Jeder ist wertvoll. I have a dream. 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 Untertitelung des ZDF, 2020